Kann das vielleicht sein, dass deswegen die Küche nicht genug Material hat? Raum. Lieferungen. So. Vielleicht klappt das besser. So. Haben wir. Wir haben jetzt 2, 7. Dann machen wir jetzt mal ganz kurz die Zeit langsamer. Einrichtung. Erstmal brauchen wir eine Gefängnistür. 1, 2, 3. Oh. 3, 4, 5, 6. Dann brauchen wir 6 Betten. Dann brauchen wir 6 Kackhäuser. Nicht genug Geld, Mama. Gefällt mir gar nicht. Äh. Material. Verkaufen. 2000 wieder plus. Äh. Kackhäuser. Haben wir. Betrieb. Strom macht er irgendwie hier nicht fertig. Jetzt sieht's wie es aussieht. Keine Ahnung. Äh. Betrieb. Genau. Bis da. Und dann. So. Haben wir auch. Sehr schön. Halt. Dann müssen wir noch Räume. Zellen. Zellen. Dass wenn die fertig eingerichtet sind. Auch gleich dahin können. So. Jetzt können wir das alles ein bisschen schneller wieder machen. eigentlich müssen wir hier noch einstationieren. Wir werden auch gleich noch ein paar, noch eine Wache einstellen. 500. Stationieren. Hier. Zack. Haben wir. So. Das war hier gleich auch eine Wache drinnen haben, die hier die Leute hin und her schickt. Weil sonst kriegen wir die Scheiße nie fertig. Der helfen wir mal gerade hier. Na krieg ich nicht auf. Damage. Ich weiß nicht warum das immer kaputt geht. Keine Ahnung. Jedes Mal die Tüte. Aber wenn ich Escape drücke, geht die Geschwindigkeit raus. Aber dann muss ich mich gewöhnen, dass ich da nicht immer drauf drücke. Schon wieder über eine Stunde am Aufnehmen. Das ist Wahnsinn bei dem Spiel. Und ich komme nicht voran. Ich hoffe, dass ich das so langsam ein bisschen hier. Geschissen kriege alles. Aber der Strom ist immer noch nicht so, wie ich mir das gedacht hätte. Ziehen wir hier mal die Kabel lang. Aber eigentlich müsste das grün werden. Immer ein bisschen warten. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch Holz. Eine Stunde. Wir haben jetzt 28 Arrastzellen. So, was ist jetzt hier mit dem Strom? Klappt immer noch nicht. Warum? Warum geht der Strom hier nicht weiter, Leute? Ist ja nicht grün. Irgendwo haben wir hier ein Kabel. Irgendwas ist ja hier faul. Ja, dass er den Strom nicht weitermacht. Gleich kommen auf jeden Fall die ganzen neuen Leute. So, da sind sie alle duschen. Geh hier die hier oben mal präsentieren, bitte. So. Ein bisschen Holz holen sie. Das ist sehr schön. Oh, jetzt ist Essenszeit. Bedürfnisse. Alles eigentlich im gelben Bereich. Also, es läuft. Alter, wir kriegen morgens die Leute nicht satt. Na gut, fünf Essen sind noch da. Drei. Er darf ihn zu Besuch, zu seiner Familie. Er macht das. So, was ist jetzt hier mit dem Strom? Warum verbindet der das nicht? Warum ist das nicht grün hier? Hier zwischen Bautalen eine Stromleitung nicht. Irgendwas ist doch hier faul. Es steigt auf jeden Fall schon wieder hier die schlechte Laune der Leute. Ja, jetzt bau doch! Jetzt bau doch den Scheiß da hin. No, die neuen Gefangenen kommen und putzen hier auch gleich. Oh mein Gott, warum... Oh, mach doch die Scheiß-Gefängnis-Tür den Penner auf! Meine Fresse. Ich kriege echt gleich einen Rappel. Mein Gott, dann machen wir es jetzt halt so. Um weh, das klappt gleich nicht, ey. Dann kriege ich aber hier einen Rappel. Ja, ich mach doch euch schon die Tür auf. Wir holen mal lieber nochmal drauf. Nein, ist nichts mehr. Sehr schön. So, und jetzt baut die Scheiße hier endlich fertig. Boah, wie die Leute abdrehen hier. So, haben wir jetzt Strom da? Ah, jetzt funktioniert es auf einmal. Der hat dieses Scheiß-Teil... Hat er nicht fertig gebaut. Kann er nicht sein. Ochse. So, und hier oben müssen wir den Duschraum hinziehen. Einrichtung, Material... Ziegelmauer. Können wir ja eigentlich auch diese Mauer hier nehmen, ne? Ah, okay, so viel Kohle haben wir nicht. Aber wir machen jetzt 616 schon mal wieder plus. Out of shape. So, weiter geht's. Hier ist echt ne reine Katastrophe. Forschung. Ich werd hier gleich auf... Wachhunde gehen. Waffenkammer. Echt. Und dann werd ich hier Leute stationieren. Die mit Waffen rumlaufen. Geh du mal hier zum Arzt. Und lass dich mal verarzten. Du gehst auch mal bitte zum Arzt. Sehr schön. So. Du warst jetzt Dusche in der kurzen Zeit. Mhm. Alle hier in den kleinen Hof. Okay, was haben wir an Holz? Müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Holz fällen. Das war hier ein bisschen mehr Kohle wieder machen. So. So. Sollte dann erstmal wieder ein bisschen reichen. Hey. Da klemmte meine W-Torste anscheinend. Jetzt hab ich irgendwas wieder abgebrochen. Keine Ahnung was. So. Das haben wir. Das haben wir. Wie spät ist es denn? Ach, die haben jetzt Freizeit. Ja guck mal. Hier haben sie gar nichts zu tun. Und Freizeit. Das werden wir jetzt erstmal ändern hier. Hier wird später Arbeitszeit kommen. Ist mir scheißegal. Ich brauch mehr Geld. Ihr müsst mehr arbeiten. Ah, jetzt gehen sie zwar nur kurz arbeiten. Macht denen doch hier die Türen auf. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Arrestzellen. Unser Strom ist auch kurz vorm Empty. Oh, da kommt das erste Holz. Auf jeden Fall sollte der Umsatz jetzt das nächste Mal auf jeden Fall eine ganze Ecke mehr sein. Ja, und wenn du fertig bist, liebe Wache. Guck, das ist irgendwie schnell der. Geh mal zum Arzt, bitte. Du gehst auch mal bitte zum Arzt. Müssen wir aufpassen, dass sonst hier nicht die Wachen hier gleich tot sind. Jetzt läuft er wieder weg. Du sollst sie verarzten lassen. Guck mal, der Arzt läuft doch hinter dir her, du. Schussel Anton. So, ein bisschen Material. Einrichtung verkaufen. Hier ein bisschen Holz wieder verkaufen. So. Können wir nämlich hier oben weitermachen. Einrichtung. Räume, Material. Ziegelmauern. Jawohl. Dat, dat und dat weg. So. Dann können sie das bauen. Aber die holen erstmal noch Bäume. Ist ja auch okay. So, jetzt ist Duschen. Da soll der Bulle nach... Na gut, jetzt brauchst du es auch nicht mehr. Machen wir den lieber selber die Türen auf. Wir müssen noch mal grad gucken. Wie sind alle stationiert. Wir haben einen da, einen da. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben 9 Leute stationiert von 12. Also da müssten wir eigentlich 3 frei haben. Sind aber nie. Ist auch schon scheiße. So. Jetzt haben wir ein Holz. Ja. Das reicht. Für morgen. So. Da ist das erledigt. Dann machen wir Raum, Duschraum. Dusch, 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 Duschraum. Wo haben wir den Duschraum? Personalraum, Büroraum, Abfall, Lager, Isolationszelle. Ja, Duschraum. So. Einrichtung. Duschkopf. Nein. Lassen wir jetzt jedes Mal 2 dazwischen Platz. Dass sie sich nicht auf den Schnippel gucken. Vielleicht gefällt denen das besser. So. Dann brauchen wir Wasser. Ein Hauptrohr nach oben legen. So. So. Einrichtung, Abflussrohre. Das sollte reichen. Jetzt haben wir noch 3, 5 über. Das gefällt mir richtig gut. Der bewegt sich auch nicht und macht denen die Türen auf. Das ist so ein faules Stück Scheiße. So. Ziegelmauern. Ziegelmauern. Ja, 2 mal 3. Pass. So. So. Da bauen wir die nächsten Zellen. Einrichtung, Betten, Kackhäuser und danach die Gefängnistüren. Ah, nicht mehr genug Geld. Na gut, haben wir natürlich jetzt auch gut was rausgehauen hier schon wieder. Das muss man jetzt ja eindeutig sagen. So, die da oben haben immer noch kein Wasser. Warum noch kein Wasser? Weil er hier das Rohr mal wieder nicht zusammenbaut. Gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert, wenn wir das da jetzt so hin machen. Ich gehe da nicht von aus, dass das funktionieren wird. Das ist wieder genau das gleiche Problem wie letztes Mal. Auf jeden Fall machen wir gut Kohle. So, elf Gefangene kommen in zwei Stunden. Das werden wir erstmal stornieren. Weil das werden wir sonst nicht unterbekommen. Auf gar keinen Fall. So, jetzt haben wir das Wasser auf jeden Fall da oben hingelegt. Dann sollte das jetzt doch eigentlich funktionieren mit dem Wasser. Weil sie immer noch blinken. So, an Holz haben wir auch noch ein bisschen, was wir noch ein bisschen verkaufen können. So, haben wir nämlich wieder ein bisschen Geld. Dann können wir die Zellen Nämlich auch fertig machen. So, haben wir. Dann brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Auto safe. So, haben wir dann auch. Dann haben wir die gleich auch hier Wasser, Wasser. Sehr schön. Hier wird dann nachher die nächsten Zellen hinkommen. Mit so einem kleinen Gang nur nach da oben. So viele Leute wie möglich hier reinkriegen. Noch vier Zellen hätten wir über. Aber damit kann ich noch leben. So. Jetzt gehen wir wieder bei und werden noch Bäume fällen wieder. Um hier noch mehr Geld zu haben. Wir müssen hier unbedingt mehr Kohle verdienen. Ich meine, wir müssen hier.